Ich nenne dieses Video Stille, Silenzium, Ruhe. 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 Ein Mensch ist da. Die Natur ist schon lange da. Und grün war die Stadt Wasburg schon immer. Hier könnten zwei, drei Menschen sitzen. Sich unterhalten von früher über Themen heute. Kinder könnten sich über ihre Zukunft unterhalten. Und besprechen, was so zu Hause los ist, in der Schule los ist. Und wie es ihnen geht, was der Plan für heute noch ist. Und wie es ihnen geht. Und wie es ihnen geht. Das ist nicht Hannover Herrenhausen. Das ist auch nicht die Fontäne, die 30 Meter hoch ist. Das ist die Wolfsburger Fontäne. Ich schätze mal so auf 5 Meter. Und wie es ihnen geht. 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 Und wie es ihnen geht.